Das ist Berlin. Ich wollte aus Berlin-Mitte einfach nur zum Recyclinghof fahren, ein bisschen Pappe entsorgen, die habe ich da hinten im Auto und so einen Scanner. Das Ergebnis ist, der erste Recyclinghof hat zu, da war ich also schon vier Kilometer gefahren, der nächste ist neun Kilometer weiter, also fast 35 Minuten unterwegs. Jetzt stehe ich seit 20 Minuten vor dem Recyclinghof im Stau. Ich glaube, ich fahre nach Hause und stopfe das in die Mülltonne.